Ich habe gesagt, sobald ich kann, würde ich meinen Mitarbeitenden lieber mehr Ferien geben, damit sie mit ÖV oder Ökologischem in die Ferien kommen. Aber ich denke, es hat viel damit zu tun, dass wir immer das Wort Verzicht sehr hoch oben her tun. Dabei ist es vielmals einfach eine Veränderung. Also man muss eine Veränderung annehmen können, dass wir dementsprechend in eine Gewandheit reinkommen, damit es für uns gar kein Verzicht mehr ist. Ich verzichte, wenn ich so sagen möchte, schon seit sechs Jahren auf tierische Produkte. Ich habe 600 Quadratmeter Land, wo ich mehr oder weniger als selber anbaue. Ich brauche fast keine Plastik mehr und er will dann Flug reisen. Also das andere ist für mich gar kein Verzicht mehr. Und ich glaube, es ist wie ein Trend, ja, aber es gibt wirklich Leute, die sich so sehr daran gewannen, dass es für sie kein Trend mehr ist. Es ist für sie dann eher ihr Lebensstil. Und Generationenforum